Abschied von einem streitbaren Kirchenmann. Im Kölner Dom wird Kardinal Joachim Meißner in der Bischofskruft zu Grabe gelassen. Der langjährige Kölner Erzbischof war am 5. Juli im Alter von 83 Jahren im Urlaub gestorben. Sein Leichnam wird zuerst in der Kirche St. Gereon aufgebahrt. Dort treffen sich die Trauergäste, unter ihnen hohe kirchliche Würdenträger, bevor sie den Sarg des Kardinals in einer Prozession bis zum Kölner Dom begleiten. Meißner galt als äußerst streitbarer Theologe. Er vertrat in vielen Fragen dezidiert konservative Positionen und äußerte zuletzt starfe Kritik am Kurs von Papst Franziskus. Er drückte dem Erzbistum in seiner langen Amtszeit mit einem autoritären Stil den Stempel auf und polarisierte auch die Gläubigen. Ich sag mal so, ich war jetzt nicht sehr oft mit ihm einer Meinung, gerade so in Glaubensfragen, aber ich sag mal, die letzte Ehre als Kölner muss man ihm ja trotzdem erweisen und das macht man dann auch, ist selbstverständlich, auch wenn man mit ihm nicht so ganz klar gekommen ist. So wie er gesprochen hat, wie er das Wort Gottes verkündet hat, hat mich dazu bewegt, hierher zu kommen und zu sagen Dankeschön. Meißner war zunächst Bischof von Erfurt. 1980 wurde er zum Bischof von Berlin berufen, wo er für die Katholiken in Ost- und Westberlin Verantwortung trug. 1983 wurde Meißner Kardinal und 1989 Erzbischof von Köln. Dieses Amt behielt er 25 Jahre lang bis zum Jahr 2014. Untertitelung des ZDF für funk, 2017